Hallo Leute, wir sind unterwegs nach Krems, fahren in die schöne Wachau und gehen dort ein bisschen spazieren. Bis später Leute! Bis später! Bis später! Bis später! Bis später! Wir sind in Dürenstein gelandet, es sind wunderschöne Felsen, da vorne ist die Ruine, die sieht man jetzt nicht, da gehen wir rauf. Eine traumhafte Gegend. Bis später! 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 Bis später!